Werde ich meine Gold-Promos gewinnen? Ey, jetzt! Nein, ich denke nicht, dass du deine Gold-Promos gewinnen wirst. Bist du Taddeus? Du? Frag das Uschi-Ora. Vielleicht bist du jetzt Taddeus? Ja! Ich hab Taddeus gefunden! Weidlein-Nazis! Wie? Nein! Nein! Science has been wrong all along! Hallo und Sonja, wir spielen heute wieder eine Runde... ... mit demselben gewussteten Spacko. Mein Cannon Minion! Mein Zack! Ja. Abgehen! Oh, hat Flasch! Beide geflasht! Dieses viel zu große Loil, jetzt weil ich Loil-Clane angemacht hab. Darauf stand der 18-7 in dem Clane-Code nicht gewesen. Wahrscheinlich hat er gegen Cop mal gespielt. Das Deck ist wieder in den Clane. Ich hab's gepinkt. Ich muss kurz den Chat drücken. Ähm... 8. 18. Ah, find' ich ein guter Spiel. Scheiße, war nicht gut. Das war zu schwer, bei mir. Das meine ich, warum nimmt man Exhaust, wenn man es einfach nicht benutzt, sobald er hat. Hat er's überhaupt benutzt? Er hat's benutzt, als er schon... Als ich ihn ignited habe. Also, als ich ihn ignited habe und weggelaufen bin, damit ich ihn damit exigieren kann. Vlatimir ist kein guter Spieler irgendwie. Der benutzt seinen Pool richtig dumm. Für euch, Pra steigen voted. Naaaaaain. Ich weiß schon, dass ich halt grad seinen Pool gleich bekomme. Ulgin, Lucien-Code mal sollte eigentlich gehen. Oh, Ripp. Hältst so lange durch, bis ich da bin? Ja, ich hab' auch den Flasht. Leiste, kommt's aber weg. Vlatimir hat... Vorher hat es keine Samzah, der hat seinen Exhaust er allerdings dabei. Kein Pool, du musst holfen. Er hat keinen Flash. Warten lasse ich mal nado. Jetzt komm rein. Powerlich ist der 6 wieder da. Ich bin closed. Krieg ich seine Hütten ein? Ich brauch eigentlich den Executioner, aber der Platinum ist so scheiße, dass ich jetzt gar nicht brauche. Was macht der Jaxx da? Geh zum Busch, geh zum Busch, Geh zum Busch. Geh zum Busch, such es. Ich hab Ulti wieder. Ah, ist doch der nicht reingegangen ist. Ah, ich hab ihn jetzt nicht dachten, du willst noch kommen, ne. LOL, was war das? Was hat denn der für ein Ulti-Culldown? Meiner hat noch 30 Sekunden, er hat genau dann geultet, als ich geultet hab. 30 Sekunden. Ja, ich seh wie das 130 Sekunden rankt. Ich geb Woodland und Greycon. Aber der Vladimir hat echt keinen Plan von seinem Schäppchen. Das ist mein Kill. Vladimir ist so dumm, Alter. Was macht der denn? Der benutzt seinen Pool so dumm. Er muss grad richtig salzig auf seine Team-Mates. Ja, ich komm gleich. Zack ist schon wieder mit Lame. Diesmal sogar mit Frauen. Stopp. Wer hat die Pflanze aktiviert? Ich bin. 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 Oh mein Gott, der Sek. Lass mich doch Qn. Wer hat die Garnas? Sek ist jetzt. Ich find's nice, wie der einfach schon gewinnt ist. Warum ist der so tanky? Wo ist der so tanky? Giants... Da ist äh... Alten halt. Geh da. Da kann ich nichts machen. Black Creaver kannst du nur auf dem alten Ränger bauen. Jetzt Black Creaver zu bauen wäre toll. Das ist einfach nur seine Hades Treff Pusht ihr mit, wenn ich mal Harald Der Jax, wo kam der denn her? Der Jax ist Mastery Level 7 Tom Wo kam der Jax her Alter, ich dachte der wäre weg Der war noch da, als habt ihr noch lebt, Alter Ach ne, der ist noch lebt Ja, mach ihn weg Tom, du bist ein Stück Scheiße, sondern das gleich Alten Die sind da beide 15 HP Warum habe ich Sekt nicht gekillt? Weil du nicht gesmited hast Ich kann sagen, scheiß smiten Ja, natürlich Seit wann kann man los? Das ist ein RIP Ich könnte gerade so reichen LoL Okay, kommt, man hat gemäßt Okay, you know what? Jemand muss Jax mal irgendwie treffen Ah, ich hab Raum, oder? Ich lauf mit mir, Alter Der End wäre zwar besser gewesen, aber jetzt haben wir zwei Pushing Lanes Aber eigentlich kann ich schon so Du musst Wackeln Jo, wie weit der weg springt Du den jetzt nimmst? LoL Fick dich, wärst du von Anfang an mitgekommen, wär ich nicht gestorben Moment mal Du bist irgendwo hier Du hättest einfach weglaufen können, statt dessen bleibst du da und der Vladimir flasht da wirklich Ist er auf mich geflasht? Der ist vorhin weg geflasht, oder? Aber warum bist du hier zum Pinkboard hingelaufen? Wolltest du unseren Pinkboard klären? Hä? Du bist nicht zum Vladimir hingelaufen Du bist nicht zum Vladimir hingelaufen Du hast gewartet, bis er gesungen hast Ich bin hier lang gelaufen Wo lang? Du Pinkst nix Ja, ich bin da lang gelaufen Actually grad nochmal Warum bist du da umrum gelaufen? Weil ich dem Gladi mir seinen Weg abschneiden wollte Warum sollte der denn zu uns in den Jungle laufen? Ist ja dumm Weil er da... Also auf der anderen Seite war 100 pro Tod, oder? Eigentlich Hast du noch nicht mal geflasht Ich hab dich schnell genug geflasht Ich geh auf den Kopf mal flashen Aber ich hab gar nicht flasht LoL, instantiv Ich hab hier nen Gage Das sieht doch nicht nach nem Gage aus Oh, hast du's gesehen? Ach komm Ich kann auch kein Nexus spüren Gigi War nicht ganz clean gespielt Aber am Ende doch nicht auch nichts passiert Wollen wir nochmal auf die Stats Cant Gary 3 Gary, genau Cant Gary Cant Gary Cant Gary 3, Guys Warum krieg ich denn nur 11 LP? Mein Ridefenster ist gebugged Wie war mein Auto? Wenn's euch gefallen hat Dann lasst auf jeden Fall meine positive Bewertung da Und ich hoffe wir sehen uns auch morgen wieder Tschüss Und wenn ja dann lasst euch an A7 Und dann lasst euch an A7 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 A8 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 A9 A8